Das neue Hotel Rio, Plaza New York am Times Square. Es eröffnet im Januar 2016. Hier habt ihr schon mal von außen ein schönes Bild. Es soll traumhaft schön werden. Berlin hat jetzt eröffnet im September. Und Miami, das sind hier die Plaza Hotels. Und das ist der erste Mal im Januar. In der English, Berlin, New York. Es ist hier die Plaza Hotels.